Meillertal! Die Höllischen haben 50 Mitglieder. Darum sind 15 Kinderkampusse und das sind die Höllischen Juniors. Im Grunde wurde die Gruppe 2003 und sie beziehen ihre Masken von verschiedenen Außenstaaten. Die Höllischen aus Zillertal und jetzt bei uns die Kramis-Zeitwee aus Weidring. Die Kramis-Zeitwee aus Weidring wurden 2017 gegründet und auf 10 Mitglieder. Die Masken schlägt der Oberpizza-Wald und die Fälle sehen sie von Pops-Pizza. Die Kramis-Zeitwee aus Weidring. Die Papagander-Teufel wurden 2010 gegründet und stolze 110 Mitglieder. Und sie kommen aus dem wunderschönen Winchgau in Jötteroll. Die Papagander-Teufel! Die Kramis-Zeitweeh-Zeitwee aus Weidring. Und jetzt bei uns den Ruinentäufel. Die Ruinentäufel wurden 2015 gegründet und kommen aus Felspark im Pustertal, Südtirol. Sie haben neun Mitglieder und ihre Masten beziehen sie vom Marktkursspiegel und die Fälle sind dort hoch. Und jetzt bei uns mit einem ganz heißen Traktor die Ruinentäufel aus der Schweiz. Sie haben 30 Mitglieder und haben verschiedene Masken und die Fälle sind dort hoch. Die Ruinentäufel wurden im Pustertal. Und jetzt bei uns die Pustertal Ruinentäufel. Und jetzt bei uns die Ruinentäufel. Und jetzt bei uns die Ruinentäufel. Und jetzt bei uns die Ruinentäufel. Ein Fölzchen! Applaus! Ein Fölzchen! Ein Fölzchen! Ein Fölzchen! Ein Fölzchen! Ein Fölzchen! hinüber, dass da sowas passiert.